Sagst du, was der Atomaufbau ist? Wie sind deine Teilchen im Atom eigentlich angeordnet und was musst du noch zum Atomaufbau wissen? Das erfährst du in diesem Video. Beim Atomaufbau solltest du dir die Begriffe Protonen, Neutronen und Elektronen gut merken. Der Atomaufbau meint nämlich die Anordnung dieser drei Teilchen im Atom. Protonen und Neutronen befinden sich dabei im Atomkern. Die Elektronen kreisen um den Atomkern und stellen somit die Atomhülle dar. Der Atomaufbau bezogen auf die Elektronenhülle ist für Chemiker besonders wichtig. Das Orbitalmodell beschreibt den Aufbau der Elektronenhülle am besten. Aber auch das Schalenmodell liefert dir bereits wichtige Erkenntnisse. Gucken wir uns aber erst mal zusammen den Aufbau vom Atomkern an. Im Atomkern hast du Protonen und Neutronen. Dein Atomkern ist wesentlich kleiner als deine Atomhülle. Allerdings beinhaltet dein Atomkern mehr als 99,9% der gesamten Masse deines Atoms. Nehmen wir die Masse mal in den Fokus. Dein Proton hat eine Masse von 1,673 mal 10 hoch minus 27 Kilogramm. Dein Neutron hat mit 1,675 mal 10 hoch minus 27 Kilogramm eine ähnliche Masse wie das Proton. Dein Elektron hingegen kommt gerade mal auf eine Masse von 9,109 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm. Das erklärt auch, warum der Atomkern einen Großteil der Atommasse enthält. Zoomen wir im Atom ein wenig raus und gehen zur Atomhülle über. In der Atomhülle hast du die Elektronen, die um deinen Atomkern kreisen. Deine Elektronen kreisen nicht, wie früher gedacht, willkürlich um deinen Atomkern. Vielmehr kreisen deine Elektronen in bestimmten Räumen, den sogenannten Orbitalen, um den Kern. Es gibt ziemlich viele Modelle, die den Atomaufbau beschreiben. Davon sind aber viele sehr veraltet. Die heute noch zeitgemäßen Modelle sind das Schalenmodell und das Orbitalmodell. Zu diesen Themen findest du auch Videos von uns. Jetzt gucken wir uns das Schalenmodell an. Im Schalenmodell bewegen sich die Elektronen auf kreisförmigen Ebenenbahnen um den Atomkern. Die Schalen sind in diskreten, also festen Abständen zueinander. In diese Schalen setzt du nun deine Elektronen. Die innerste Schale, auch K-Schale genannt, hat dabei Platz für zwei Elektronen. Danach kommt die L-Schale, die du mit acht Elektronen besetzen kannst. Noch mehr zum Schalenmodell und den Unterschied zum Borschen Atommodell erfährst du hier in unserem Video. Jede Schale besitzt im Schalenmodell ein eigenes Energieniveau. Kernnahe Schalen haben ein geringes, kernferne Schalen ein hohes Energieniveau. Der Atomaufbau nach dem Schalenmodell erlaubt dir einen Übergang der Elektronen zwischen den einzelnen Schalen. Geht ein Elektron von einer Schale mit höherem Energieniveau in eine Schale mit geringerem Energieniveau, so wird Licht frei. Andersherum musst du Energie aufwenden, um ein Elektron von einer tieferen in eine höhere Schale zu befördern. Folgendes Konzept, dass Energie beim Schalenübergang von einer höheren in die tiefere Schale frei wird, solltest du dir gut merken. Wichtige Prozesse wie die Aussendung von Licht beruhen nämlich auf diesen Prozess. Vorher haben wir noch vom Orbitalmodell gesprochen. Schauen wir uns das jetzt mal noch genauer an. Ein Orbital beschreibt die Verteilung deiner Elektronen im Raum. Vereinfacht stellst du dir ein Orbital am besten als eine Art Aufenthaltsbereich deines Elektrons vor. Deine Orbitale sind grafisch darstellbar. Wichtig sind für dich erst einmal das S- und das P-Orbital. Das S-Orbital ist kugelförmig, das P-Orbital hingegen hantelförmig. Du beschreibst deine Orbitale mit Hilfe von Quantenzahlen. Möchtest du zu den Quantenzahlen noch weitere Informationen haben, dann schaue dir gerne unser Video zu diesem Thema an. Super! In diesem Video hast du den Atomaufbau kennengelernt. Du weißt jetzt, wie Protonen, Neutronen und Elektronen im Atom angeordnet sind. Darüber hinaus hast du erfahren, dass sich fast die gesamte Masse des Atoms im Atomkern befindet. Das Schalenmodell und das Orbitalmodell sind zudem die bekanntesten Atommodelle, mit denen du viele Phänomene aus der Natur erklären kannst.